Wir können uns einfach hier hochziehen. Warum so kompliziert? Das liegt bestimmt daran, dass man jetzt nach links läuft. Das irritiert dein Gehirn. Es ist echt komisch, nach links zu laufen. Das kennt man gar nicht. Und spielen. Warte mal, wenn er nicht dran hängt, sind sie so rum. Das ist dein Gehirn. Ich muss es nicht, ich muss es nicht, ich kann es sich. Und das ist nicht, ich kann es sich. Versuche ein Gehirn. Untertitelung des ZDF, 2020 Gut, geschafft! Ja, sie werden weggespült, die Büsis! Wir haben was Neues gelernt, kurz vor Schluss! Warum funkel ich denn erst jetzt? Oh, lust! Oh, lust! Ah! Oha! Kann an leuchtenden Fokenspuren schwingen! Ah! Jetzt geht's ja auch ab hier! Oh! 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 konnte und das spiel mir das aber nicht wirklich gesagt hat und ich dort erst mal eine viertel stunde rumgelaufen bin und nicht wusste was ich tun soll bis ich gerafft habe dass ich eine neue fähigkeit quasi habe und ich wieder hier ganz vorne ich finde das ein bisschen kompliziert für die vorausforderungslevel es kann sein dass man das vielleicht sogar wenn es jetzt noch mal herausforderungslevels freischaltet dass man das dann nutzen muss ich jetzt bist gemacht Amen. Wo muss ich denn jetzt hin? Äh, jetzt hat er wieder runter. Ja. Scheinlich. Ah, nein! Oh. Ich kann einfach schwimmen. Ich sag das noch gleich. Oh, guck mal, fangen wir jetzt überall nochmal vorbei, wo wir waren? Haha. Ich hab immer nicht so richtig eine Ahnung, wo ich hinspringen muss. Ich hab immer wieder auf. Ich hab immer wieder auf. Äh, dann ist das was Böses da oben. Ja. Das ist was Böses da oben. Ach so, wir können einfach hier unten lang. Dann gehen wir lieber hier unten lang, würde ich sagen. Da oben ist was Böses. Ja, der Schwan attackiert den Bösen. Und dann habt ihr das gesehen. Und dann habt ihr das gesehen. Ja, wo muss ich denn lang? Muss ich denn drüberschwingen? Ja. Ja, du bist. Ja, das macht ihr das gesehen. Ja, das macht ihr. Ja, du bist. Ja. Ja, ich kann mich für den Einbrasten nicht. Da geht es ja auch nicht hoch. 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 Jetzt hängen wir hier oder was? Ja auch nicht hoch. Wie weit ist es denn noch? Sind wir bald da? Ja auch nicht hoch. Da geht es ja auch nicht hoch. Ich will erst ans andere Ende dieser Stunde. Wir sind aus dem Wasser rausgekommen. Da geht es ja auch nicht hoch. Da geht es ja auch nicht hoch. Okay, da muss ich länger schwingen. Da geht es ja auch nicht hoch. Ich habe gar keine Zeit auf den Hintergrund zu achten. Das ist ein bisschen schade. Das war knapp. Das war knapp. Da geht es ja auch nicht hoch. Da geht es ja auch nicht hoch. Ich weiß nicht hoch. Und da geht es ja auch nicht hoch. Und da geht es ja auch nicht hoch. Oh wait... Was khi sollten sehr schnell inherit. Und der Kistein holding sich decent, hat sich nicht hoch. Und der Kistein überrascht年的 die Bekotein dans ganzule Idee. Warum geht das denn jetzt nicht mehr? Dort oben geht es immer nicht weiter, ich muss also rüber vorher. Ja. 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 Anstrengend. Hm? Ja. 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 Das Spiel ist vorbei. Schwuppdiwupp. Aber es hat ja doch nochmal eine ganze Weile gedauert jetzt. Das letzte Level. Ähm. Ähm. Hab die Story nicht verstanden. Botschaft finde ich schön. Design super. Außer die triste Farbgebung am Anfang. Musik am allerbesten. Musik richtig gut. Die Story. Ich weiß auch nicht. Wenn ich das im Hintergrund richtig mitbekommen habe. Haben die Kiddies denen ja jetzt aus dem Wasser geholfen. immer. Und. Aber. Wir waren doch. Also. Und. Andere Sache. Wir waren doch immer. Da wo wir zur Levelauswahl gekommen sind. Waren wir doch im Leuchtturm. Wir waren doch grad ganz oben. Warum. Waren die kleinen. Figürchen erst noch nicht da. Sind es ernsthaft diese bösen Seelen gewesen. Die unser Licht zerstört hat. Da waren wir drin. Da waren unsere. Da waren unsere kleinen. Wollfigürchen. In den bösen Seelen. Und plötzlich war unser Licht stark genug. Um den Leuchtturm zu erhellen. Und direkt schönes Wetter. Ähm. Die Grafik im Spiel war wirklich sehr schön. Hat mir gut gefallen das Spiel. Zum Ansehen. Aber ich glaube für mich wäre das nichts viel zu knifflig teilweise. Ja. Ich fand's. Ach. So. Drei. Vier. Fünf Mal. Das habt ihr ja gesehen. Habe ich auch ein bisschen länger gebraucht. Um es zu verstehen. Aber. Im Notfall gibt es ja immer so ein paar Tipps vom Spiel. Die durchzulesen und zu verstehen ist aber auch teilweise ein bisschen schwierig. Ähm. Aber das Spiel hilft einem tatsächlich. Ich fände es. Hätte es schöner gefunden wenn es nicht nur schriftlich passiert wäre. Sondern. Mithilfe von irgendwie. Halbtransparenten Figürchen. Wo man sieht wo muss der Faden lang und wo müssen die stehen. Und wie geht's weiter. Aber. Es hat funktioniert. Wir sind überall weitergekommen. Teilweise auch dank Chat. Chat hat manchmal auch. Ähm. Geholfen. Ähm. Ja. Ich finde aber auch die Musik und die Grafik. Total. Schön. Die Story war jetzt nicht so tiefgründig würde ich sagen. Ja. 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 Wunderschön. Ich habe halt teilweise jetzt gegen Ende. Ich konnte dem Hintergrund gar nicht richtig folgen. Weil ich nur damit beschäftigt war zu gucken wie komme ich jetzt zu dem nächsten Funken. Schweif. Und wie komme ich einfach weiter. Und jetzt. Am Ende. Das ist so ein bisschen untergegangen für mich. Als Spieler. Muss ich sagen. Ich weiß nur dass ja an dem Haus. Wo die Kiddies am Baum saßen. Sind ja die. Die Typis aus dem Wasser raus. Aber mehr. Also ich habe es auch nicht so richtig mitbekommen was da passiert ist. Muss ich. Muss ich echt sagen. Ich. War so. Gedanklich bei den Wollknäulen. Ich habe das nicht gerafft was im Hintergrund abgegangen ist. Ganz schön viele Leute die hier mitarbeiten. Allein bei so einem Spiel. Aber ich glaube tatsächlich. Das Spiel gemeinsam mit jemandem spielen. Wäre noch viel lustiger gewesen. Weil du dich dann einfach so absprechen musst. Wer macht was. Wer geht wohin. Müssen wir jetzt als eine Figur agieren. Oder müssen wir als Einzelfigur agieren. Ähm. Ich habe halt jetzt beide steuern müssen. Das ist vielleicht auch nochmal was anderes. So. Glaube ich. Fürs Gefühl. Nein aber letzten Endes. Also ein schönes Spiel. Hat mich herausgefordert. Mal mehr mal weniger. Optisch. Toll. Musik. Megaschön. Ich habe halt jetzt direkt mit Teil 2 angefangen. Es gibt ja auch noch das Spiel Unrable. Da sind wir ja glaube ich nur ein Wollknäul. Das ist nochmal anders wahrscheinlich. Vielleicht auch ein bisschen einfacher. Weil wenn du nur eine Figur bist. Kannst du nicht viel mehr machen. Außer schwingen und dich irgendwo hochziehen. Und vielleicht eine Brücke machen. Und so. Also falls ich Unrable den Teil 1 mal irgendwie günstig schießen kann. Vielleicht spielen wir es mal. Aber ansonsten dann halt nicht. Wir haben ja jetzt Unrable 2 gespielt. Ich main das Kind. Dann würde ich einmal nicht alles fertig. Dann ist etwas das Geld zu machen. Und dann glaube ich eher, ich liebe es wirklich nach Ottawa. Le tallest wird es sehr lange zurück zum még. Aber er ist ein bisschen schargum. Und dann reinice